Jahre lang hast du geschuftet und nun schmeißen sie dich raus. Immer warst du abgesichert und jetzt stehst du vor dem Aus. Schon musst du an dein Erspartes, findest keinen anderen Weg. Denn das bisschen Unterstützung reicht nicht für die Hypothek. Mach dich besser schon einmal bereit für die lange arbeitslose Zeit. Willkommen in der Unterschicht, goodbye Mittelstand. Geld für dich gibt es nicht, dein Job macht jetzt ein Praktikant. Keine Besserung in Sicht, völlig abgebrannt. Willkommen in der Unterschicht und goodbye Mittelstand. Na na na, na na na, goodbye Mittelstand. Na na na, na na na, du hast in Aktien investiert, doch offenbar verkehrt. Dein Banker sagt, das ist halt leider alles nichts mehr wert. Im Jobcenter, da rät man dir zu einer Ich AG. Doch keiner gibt dir nen Kredit für deine tolle Geschäftsidee. Rechte besser schon einmal damit, dass die Welt dich mit den Füßen tritt. Willkommen in der Unterschicht, goodbye Mittelstand. Geld für dich gibt es nicht, dein Job macht jetzt ein Praktikant. Keine Besserung in Sicht, völlig abgebrannt. Willkommen in der Unterschicht und goodbye Mittelstand. Na na na, na na na, goodbye Mittelstand. Na na na, na na na, goodbye Mittelstand. Na na na, na na na. Na 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 na, sag goodbye zur Mittelschicht. Hallo Prekariat. Geld für dich gibt es nicht, dein Job macht jetzt ein Automat. Tausende, denn er geht es so, überall im Land. Willkommen in der Unterschicht und goodbye Mittelstand.